Und damit, hallo und herzlich willkommen zurück bei Super Mario Maker, den Zuschauerleveln. Und wie ihr schon seht, es ist wieder mal Falke-Time. Mit Jumps... Jumps... Jumps-ing-Exercises. Und 1,84% Abschlussrate... 25 haben es versucht. 6 Sterne hat's. 163 Versuche. 3 davon waren erfolgreich. Ach, ich hab doch jetzt schon wieder Abschluss. Aber, ach du Scheiße, wir versuchen es mal. Warum gucke ich eigentlich? Wow. War mir irgendwie sowas von klar? Okay, das ist auch verkehrt, dann gehe ich hier lang. Da ist auch nichts. Boah. Nein, da brauche ich nur mal Ansprung. Natürlich. Warum? Ich war nur drauf, verdammt. Ich hasse Eis. Darf ich das wohl hier alles in Spinjumps machen, so wie es ausschaut? Außer den hier. Aber den hier auch nicht. Und alles von vorne. Das ist natürlich auch mies. Ach, hier brauchte ich wieder den normalen Sprung. Ach, Minno. War es da doch Spinjump? Spinjump. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein. Boah, ist das... Kein Stück mies, ne? Oh, nee. Das Schlimmste da dran ist, da hinten kommt noch ein ganzer Arsch voll. Das macht es nicht gerade schöner. Nein, da brauche ich schon wieder einen Spinjump. Hat den Vorteil, der Rest geht mittlerweile locker von der Hand. Na ja, so locker zwar jetzt auch nicht, aber... Wenn... Das ist verschissene Eis wäre. Einmal quer durch, bitte. Hat ja sonst nichts zu tun, du liebe Mario. Warum ihr habt dann... Okay. Hier will es echt, wer wissen. Noch einmal quer durch. Okay, ich muss hier nicht... Es ist ja, dass du kommst hier stellenweise noch mit Spinjumps durch. Na, 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 verloch. Ja, ah! Au, verdammt. Nein, Spinjump. Okay, das Ding hättest auch... Spinjump-Wahnsinn oder... Ich bin ruhig. Ich bin ganz ruhig. Na, 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 na. Verdammt. Jetzt komme ich nicht mal mehr da rüber. Das gibt's nicht. Ja, ne, ist klar. Jetzt werde ich zu hektisch. Eindeutig. Nein! Jetzt haben wir die Frage. Muss ich da oben Spinjumpen oder normaler Jump oder... Hier könnte ihre Werbung stehen. Ich wollte jetzt einfach mal irgendwas einwerfen. Bevor ich hier abflippe. Äh, ausflippe oder abdrehe oder... Whatever! Gotti Rage Mode activated. So. Jawohl, jawohl. Komm schon. Nein! Beim Letzten! Es ist der Angriest Game I've ever heard. Oh Gott! Nein! So, dann machen wir mal ganz kurz den hier. Ja, okay. Habe verstanden. Jep. Jetzt werde ich langsam aggressiv. So. Wie gesagt, das hier geht ja mittlerweile einigermaßen von der Hand. Oh, ich sehe das Scheißding da oben. Nachdem ich letztes Mal vom Fall her so viele, äh, zwei Level oder... Ich gucke mal ganz kurz. Oh, sogar drei Level mal geschafft habe. Muss natürlich jetzt wieder so ein Ding kommen. Das konnte er natürlich nicht auf sich sitzen lassen, ne? Ah. Hier, das kann's nicht sein. Und das schon mal gar nicht. Ah, echt jetzt? So, und wie geht's euch so? Sonst alles in Ordnung? Und wenn man dann natürlich mal wieder den falschen Knopf drückt, kommt sowas bei raus. Wow. Wie soll ich denn... Wie soll ich denn... Es kann's nicht sein, oder? Es kann doch nicht wahr sein. Fuck, was tust du mir hier an? Fuck! Wäre sowas vielleicht was für ein liebentro für mich, äh, für... Wie du mir... So ich... Ja! Wie du mir... So ich dir... Ach, das ist ja nice. So... Komm schon. Wieso an Spinjump gewöhnt? Jetzt bin ich nur noch am Spinjump. Spinjump, Spinjump. Und du kannst mich mal, Kollege. Sag ich doch. Wie schnell die Laune noch umschlagen kann, ne? So. Komm schon. Lauf. Oh, ein Mauli. Noch ein Mauli. Oh Gott, nein. Nein! Ich werde hier voll fan vom Spinjump und... Ah, weiter geht's. Oh Gott, wir sind schon wieder hier. So, jetzt ist aber die Frage, welchen Weg gehen wir? Okay. Der Weg wäre Schwachsinn. Okay. Was haben wir hier? Nichts. Boah. Oh, Liga. Jetzt willst du es aber richtig wissen, oder? Ich gehe mal durch die Tür. Werde ich es bereuen? Nein! Denn da ist ein P-Switch. Juhu! Yes! Komm schon. Ich packe das Ding noch. Fort bevor die Zeit abläuft. Ich habe keine Ahnung, was da unten lauert, aber... Gut. Hier geht's nicht weiter. Hier gibt's auch nix. nix. Komm schon. Da haben wir ein Leben. Nein. So. Doink, 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 doink. Hier ist nix. Da ist nix. So, wie komme ich hier jetzt hoch? Am einfachsten so. Oder auch nix. Was zum Henker? Das kann nicht wahr sein. Jetzt aber. Nein! Immer vorm Letzten. Naja, wenigstens kommen da oben nur Münzen raus. Das macht's... Das macht's zumindest nicht ganz so schlimm. Und dann auf dem Letzten verkacke ich immer. Nein! Da wird man nicht aggressiv bei sowas. Überhaupt nicht. Nein! Ganz noch gar nicht! So, jetzt aber. Komm schon. Ja, nee, ist klar. Und jetzt geht die Zeit auch noch alle. Das ist... Aber das ist gut gemacht. Das muss man immer wieder dazu sagen. Jawohl! Komm schon. Hier kann doch wohl jetzt irgendwo mal ein Ziel sein. Nein! Nein! Eine Mittelfahne. Echt jetzt? Achso. Du ärgerst die Leute gerne, oder? Komm, die Zeit ist mittlerweile abgelaufen, aber... Ich lebe ja noch, deswegen. Blöde ist nur, dass mir gerade ein wenig die Zeit ausgeht. Als ob Notenblöcke an sich nicht schon gemein genug wären. So, einmal... Frump'n. Ja, Mann! Ich hatte noch 29 Sekunden. Boah, wir sind zwar jetzt ein bisschen über der Zeit, aber ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Wie immer, Falke, Hammerding. Und einen Stern kriegst du sowieso. Und wie immer, ich sage, gehabt euch wohl und tschüss!